Mögliche Mittäter im Visier. Strache kündigt Anzeigen in Ibiza-Fähre an. Ein heimlich aufgenommenes Video in einer Finca auf Ibiza kostet FPÖ-Politiker Strache die politische Karriere. Nach seinem Rücktritt droht der Ex-Vizekanzler nun drei Personen juristische Konsequenzen an. Sie sollen mit dem Skandalvideo in Verbindung stehen. Nach dem Skandalvideo von Ibiza und dem Bruch der rechtskonservativen Regierung in Österreich will Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache Anzeige gegen drei Personen erstatten. In einer Erklärung an die österreichische Nachrichtenagentur aber bezeichnete Strache diese als mögliche Mittäter. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wien lagen am Morgen noch keine derartigen Anzeigen vor. Auf welche Straftaten sich die Anzeigen beziehen? teilte Strache nicht mit. Alles weitere zu klären, obliegt nun den Ermittlungsbehörden, so der Ex-FPL-Chef. Der 49-Jährige hält es für wahrscheinlich, dass noch weitere Personen an der Falle mitgewirkt haben, die am vergangenen Samstag zu seinem Rücktritt führte. Das im Sommer 2017 auf Ibiza heimlich aufgenommene Video zeigt, wie Strache mit einer vermeintlichen russischen Investorin über eine Zusammenarbeit redet. Dabei geht es auch um mögliche Staatsaufträge im Gegenzug für verdeckt.